Spitz und so kommt heute mit freundlicher Unterstützung von Jimdo. Wenn ihr eine Website haben möchtet, geht ihr auf de.jimdo.com slash spitz und so. Könnt ihr auch einen Shop machen, allerdings ohne RFID-Unterstützung. Das ist so das Ding bei Jimdo. Die decken so einen allgemeinen Fall für viele Leute ab. Wenn es ein bisschen spezieller wird, dann ist da wahrscheinlich an einem gewissen Punkt Schluss. Aber das macht nichts, weil wenn ihr erstmal anfangen wollt, mit irgendwas zu verkaufen und das ist erstmal eine einfache Sache mit einer kleinen Anzahl von Artikeln, dann reicht euch der kleine Jimdo-Business schon aus. Mit unserem Code Bits und so gibt es immer 20% Rabatt, dann kostet es auch nicht die Welt und das Ganze läuft auf eurer Domain. Das heißt, wenn ihr euch ein Geschäft aufbaut und ihr wachst irgendwann aus den Grenzen von Jimdo raus und die Grenzen sind schon relativ groß, dann könnt ihr das einfach weiterhin auf eurer eigenen Domain mit einem anderen System im Anschluss weiter betreiben. Euch gehört die Domain, die gehört euch, solange die bezahlt und die muss im Anschluss dann auch nicht bei Jimdo liegen. Wenn ihr jetzt damit anfangen möchtet, geht auf de.jimdo.com slash Bits und so, Code Bits und so und schaut mal, was die in Shopping-Fragen für euch tun können. Das ist schon relativ viel, das ist relativ einfach. Also auch so die verschiedenen Stufen gehen über die Anzahl der Artikel zum Beispiel, die Anzahl, was man dort reinstellen kann. Und dann ist das, glaube ich, ein schöner Einstieg für einen eigenen Online-Shop. Herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung.